Ich frage mich sehr oft, wie man wirklich Freude erleben kann. Und es gibt so Momente in meinem Leben, wo ich ganz genau weiß, da gibt es diese Freude. Aber euch geht es wahrscheinlich auch ähnlich. Wenn man ganz glücklich ist, ist es ein Moment, den man nicht wirklich festhalten kann. Und man kann das auch nicht produzieren. Man kann zwar irgendwelche Bedingungen schaffen, dass es leichter vorkommt, aber es gibt keine Sicherheit. Dass wenn du etwas tust, wirst du ein glückliches Leben führen. Das ist so meine Lebenserfahrung. Ich kann mich noch so anstrengen, es kommt wieder ein Tag, der nicht so gut ist. Irgendwann, wenn man krank oder man ärgert sich über irgendetwas, kommen sehr viele Dinge. Und es ist nichts Schlechtes, zu versuchen, diese Freude zu finden. Das ist auch etwas, was uns im Advent nahegelegt wird, dass wir uns auf die Suche nach dem begeben, was uns Freude gibt. Und die Kirche gibt da schon eine ziemlich genaue Richtung an. Wo ist die Freude zu finden, die du in deinem Leben vielleicht nicht jeden Tag erlebst? Und es geht nicht um so kleine Momente, in denen du einfach freudig bist, fröhlich bist und vielleicht ein bisschen Glück verspürst oder ganz viel Glück. Es geht um etwas ein bisschen Größeres, um einen Dauerzustand. Und die Bibel sagt uns, das ist möglich, seinen Zustand der tiefen Freude zu erreichen. Nur, man muss es auch wissen, und das vergisst man sehr oft im Alltag, also ich vergesse das auf jeden Fall, dass man diesen Zustand selber nicht vorbeiführen kann. Das habe ich schon gesagt. Ich wiederhole mich. Aber das sind so Dinge, die man weiß und trotzdem lebt man so, als ob es die nicht gäbe. Die Bibel sagt uns ganz klar, diese Freude, von der der Prophet Jesaja spricht, wo die Bibel auch das immer wieder uns nahelegt oder uns zeigt, dass es diese Freude gibt oder geben kann, ob es das himmlische Jerusalem ist oder die Befreiung der Israeliten aus irgendeiner Notlage oder die Begegnung mit Jesus, wo viele Menschen ihm begegnen und Wunderbares erfahren. Es ist nicht so wichtig, weil du wirst deine Freude mit dem Herrn, und darum geht es, anders erfahren als ich. Mir machen auch andere Dinge Spaß und andere Dinge freuen mich in meinem Leben. Zurzeit freut mich sitzen am Computer überhaupt nicht. Aber es gibt vielleicht Leute, denen es wirklich Spaß macht und so tiefe Erlebnisse dabei haben und Glück empfinden können. Warum nicht? Es ist so wie mit jeder Beziehung. Und da geht es um eine Beziehung, aus der diese Freude herauswachsen kann. Eine Beziehung zu jemandem. Und wir hören das immer wieder im Advent. Der Herr kommt in unsere Welt, in unseren Alltag, in deinen Alltag und in meinen Alltag. Nicht irgendwo, sondern hier und jetzt. Das ist das, was es zu glauben gilt. Das ist das, wovon die Propheten sprechen. Dass man die Gebote Gottes befolgt. Und das ist mit anderen Worten einfach gesagt, öffne dich auf das, was der Herr dir zu sagen hat. Und das Ergebnis dieser Öffnung ist eben diese Freude. Von der er das Evangelium kündet, die frohe Botschaft, die Begegnung mit Jesus. Die Evangelien erzählen von Jesus und wie er Beziehungen pflegte. Von der Beziehung Gott zu Mensch. Das ist eine frohe Botschaft. Und diese Freude, von der ich spreche, kann man eigentlich hier auf Erden nur auf eine Art und Weise empfangen. Im Himmel wird es anders sein. Aber hier gibt es nur einen Weg, sich auf den Herrn einzulassen. Weil er ist derjenige, der das schenken kann. Nicht du selber, nicht deine Frau oder dein Mann, deine Kinder oder sonst jemand. Sondern der Herr. Und ich lade dich dazu ein, an diesem Abend dich zu öffnen. Auf den Herrn, auf das, was er dir geben möchte. Es muss nicht immer besonders viel sein. Meistens ist es der richtige Blick für das Wesentliche. Wo du erkennst, da bin ich richtig. Das ist mein Zuhause. Und ich bin froh darüber, dass es das gibt. Oder wenn du erkennst, ich muss etwas ändern in meinem Leben, damit diese Freude, die mir der Herr schenken kann oder will, auch Eingang finden kann in mein Leben. Überleg dir ganz genau, was in deinem Leben diese Freude verhindert. Ich erlebe das immer beim Autofahren. Wenn ich Autofahre, kann ich weder nett sein, noch Freude empfinden. Und es liegt nicht so sehr an den anderen, weil die fahren auch nicht anders als ich. Aber das ist schon anstrengend, also für mich persönlich. Das ist für mich schon anstrengend. Also mein Motto beim Autofahren, lass dich von anderen nicht erwischen. Also nicht von den Polizisten, sondern von den anderen Autofahrern, weil ich wenig Vertrauen in ihre Künste habe. In meiner auch nicht so viel, aber doch mehr. Man muss sich auf so viele Dinge konzentrieren und in diesen Tagen ist es noch anstrengender. Also ich weiß nicht, ob du mit dem Auto jetzt unterwegs warst, die letzten Tage, die kommende Woche wird noch schlimmer, weil alle müssen irgendwas noch einkaufen und alle sind im Stress und alles ist anstrengend und alles muss schnell gehen. Da weiß ich, die nächste Woche soll ich so wenig Autofahren wie nur möglich, damit der Herr mir seine Freude schenken kann. So einfach ist das. Was ist das Hindernis bei dir? Überleg es dir heute und versuche die letzte Woche, also der Advent ist echt kurz heuer, die letzte Woche vor Weihnachten darauf zu verzichten oder das zu begrenzen, was die Freude in dir verhindern könnte und das zu fördern, was diese Freude gibt. Wenn du einen tiefen Frieden in dir spürst, wenn du mit irgendeinem Menschen redest oder mit ihm Zeit verbringst, seien es deine Kinder, Freunde, Ehegatte oder sonst jemand, dann suche die Zeit mit denen. Schaufle dich frei. Und der Herr wird dir auch den Frieden und die Freude schenken, die du suchst in deinem Herzen und über Weihnachten auch hinaus, wenn du dran bleibst. Also verzage nicht, wenn es faktisch wird die nächsten Tage und konzentriere dich auf das Wesentliche. Lass dir das nicht nehmen, was der Herr dir schenken will. Und er will dich reichlich beschenken. Das ist eben das, was uns die Bibel erzählt, dass der Gott, an den wir glauben, ein ziemlich reicher Typ ist. Er hat von allem mehr als genug und er möchte es dir schenken, damit du Anteil an seiner Freude hast. Vielen Dank.